stream aber das ist ja nicht so die fortsetzung folgt fange drei überlebenden perry gegenwert von drei ganzen generatoren das können wir erledige drei überlegen mit der kettensäge das ist ganz scheiße den tauschen aus entkomme und überleben einmal mit näher das können wir wohl also spielen wir nia karlson start ich meine ich muss mit dem franzes ein ausgangstor öffnen wieder adam lade schneller so nia karlson sagen habe ich meine punkte letzte mal verteilt doch habe ich da ist sie doch mal gucken was da drin ist so wachsam städtische invasion und niederwild da können wir doch noch eigentlich wenn es geht noch was anderes einmal was können wir dann noch mal ändern ich finde städtische invasion ist so unnötig sie hat sprint boost ja dass das wenn ich dann mal kurz in sprint boost und dann können wir noch mal ein paar opfergaben rein tun und dann bin ich fertig also was muss ich machen generatoren und überleben mit und entkommen mit näher ich noch schon ein paar punkte bei dem reinschmeißen damit wir auf 15 kommt ach du scheiße wir sind ja immer noch wieder so hoch vom rang her ich bin gespannt was das heute für unten werden hallo bad das könnte ja morgen eigentlich mal mit zocken war das kannst du nicht mal von einem thron runter kommen von enten und morgen mal ein bisschen mit zocken so wegen der alten zeiten halber haha was sind ich bin ich mit dem 15 jetzt kann ich in weiteren geben ich könnte auch noch mal 43 kann ich auch noch mal ein bisschen level level aber nur ein bisschen weit kommen wir nicht gut ist das laut da bin ich auch weg war das ich bin ab halb fünf bin ich morgen weg ich zock werden weil ich noch gar nicht wenn ich morgens oder mittags mir ist eigentlich gar ich habe ja noch irgendwie noch meine haare noch wenn ich das schaffe irgendwie zwischendurch und wollte ich auch noch haare schneiden das ist immer ein stress du mein arbeitslos ist ja 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 müssen wir noch mal ein bisschen später schnacken dass er kuchen ja off stream du geheim ich bin gespannt warum war das was hast du morgen vor mir davor du willst dich nur drücken gibst du er gibt sich die nägel lag hier und so ja wahrscheinlich geht zu maniküre und zu peliküre lässt sich von den von den fischen die füße abknabbern bei den tais ich finde das immer so super inhygienisch ich weiß auch nicht warum auch wenn das so gesund sein soll aber wenn er jeder seinen fuß rein trinkt ich weiß das wasser mit sich ja auch wieder frisch dadurch dass jeder in seinen schluss und da wird das wasser wechselt die fische kommen auch nur als wasser ja ich bin ich mal vorstellen wie viele leute das und die füße trinken und die wechseln nicht jedes mal das wasser lecker fuß wasser also ich glaube kann mir vorstellen habe ich zumindest nicht so gesehen das wäre auch nicht gut für die fische glaube ich wenn du jedes mal die toll der kinder ist auch gleich auf wenn du jedes mal die wenn das jedes mal das wasser gewechselt wäre werde ich nicht gut für die fische entschuldigung dass herr renntner unterwegs ist ständig zum kaffee und kuchen mittag habe ich heute auch getrunken kaffee es gab bei mcdon gratis kaffee ja tatsache okay war nicht schlecht muss ich natürlich mich drauf stürzen ich muss ganz ehrlich sagen jetzt wo die angebote sind und so die osterangebote eigentlich es ist ja recht günstig aber ich habe eigentlich gar nicht so appetit und man auf mit uns weiß ich auch nicht geht zu mir vorbei irgendwie mutter sobald wieder ein paar zentrum zu gehen dort denkt es gibt ein gewinnspiel dort ja das gibt es bei uns auch ständig jetzt zu den oster tagen kann ein handy gewinnen nach so thema fortneid echt ist ja witzig ja man gibt daran teil um 18 uhr am freitag ist dann die verlosung da muss man dann bin ja das so viele wie möglich zerschlagen wie jetzt wo ist das bei uns in wien habe ich nicht das ist klar aber wo in einem supermarkt einkaufszentrum einkaufszentrum ok aus der cool das war klar war schon gesagt allein allein dadurch dass es um ford geht muss ich dabei sein ja nein das ist ja voll cool ich würde auch hingehen klar bin ja das zu schauen das ist auch schon lustig und dann noch ein handy gewinnen also richtig neus wenn man glück hat ja scheiße ich muss die cam um positionieren das habe ich völlig vergessen ups hätte die auch sagen können ach alles gut äh mache ich mal schnell äh falscher knopf wer ist weggegangen jetzt muss mich dran gewinnen dass die käme unten ist die näher die was doch da gewesen ist also noch gar kein überblick hier tschüss tuti ach ruin ich hoffe dass die da bin weil ich hab mit dem da gar keins drin na ok gut ich geh suchen ich hab nie da will drin ja ich hab es gefunden wenn es nicht das falsche ist und der kill das natürlich da ist ja noch macht das von mainz du arsch müsste kfk oder was ist hier los ich glaube nicht dass der arsch kreis wir haben den kettensägetüten ja ja ich sehe ich habe es schon gesehen der ist ja auch weiter gelaufen es wundert mich nur dass er nicht gekommen ist der hätte es ja sehen müssen dann danke banners tradition und so mhm man kann die tradition auch brechen was mein was macht sie denn was macht sie denn lockt sie den killer hier her ist aber nett ach es ist leatherface ja das habe ich auch nicht so ganz verstanden danke auch sehr merkwärtig auf jeden fall am ende der runde etwas melden ich bin mal gespannt ob jemand zu dir kommt und dich holt ich habe das doch keine tradition kommt jemand ja ich sehe dass da jemand auch nicht zukommt aber wer sich das ist ja der killer ist auch noch da ich lasse mal mit absicht den generator viel schlagen aber noch ein bisschen zeit sowas von voller absicht ja das mache ich nur wegen dir näher carlson weil die ist nämlich gerade am gen mit mir ja die andere steht da um und machen er kommt er kommt jetzt das habe ich jetzt mit voller absicht gemacht so damit da auch mal wieder verpissen kann damit der andere dich holen kann doch noch die meckte was daran schuld ist dass der killer überhaupt zu mir gekommen ist ach so ich dachte das wäre die die jetzt hier gerade bei mir war nein das war die meckte was daran schuld ist ok egal das hat funktioniert das ist doch die hauptsache jetzt 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 sagt sie ich soll abhauen weil sie denkt ich lasse den generator jetzt viel schlagen ja mensch das war taktik du id das hast du nicht verstanden ich habe das kann dir nicht immer den gefallen tun dass es hier klappt mit am haken hängen die eine diese näher carlson die läuft echt zum von einem gen zum nächsten als wenn es kein problem wäre als wenn der killer überhaupt nicht hinterher ist na jetzt kommt er doch oder auch nicht sehr eigenartig also ehrlich mich an machen dass ich den generator viel schlagen und jetzt aber selber ne gut gut jetzt habe ich aber Pferdengeld gegeben oh 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 da eigentlich sollte ich ja froh sein irgendjemand hat hier wie ich die waffen zu verraten was du nicht glaubst hm aber sie hat dich auch geholt es war bestimmt oh und tschüss das war bestimmt auch keine absicht ja der ist gleich fertig aber er hängt sehr wahrscheinlich im keller oder ja 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 toll jetzt kommt er hier ist er so schnell oder was er hat sich von der seite von mir angstlichen aber wenigstens kann man die andere retten dass ich jetzt vor ihm weg laufen muss ah ja und ich bin im keller während ich idiot bringt er warte mal bringt er dich jetzt im keller nein na tolle wurst ich bin gerade im keller hmmm schade moin elektrikos na na wie geht's dir kommt der jetzt hier runter oder was der ist die ganze zeit oben der arsch trauen wir gar nicht rauszukommen ich kram ein bisschen in der kiste die hat noch bestimmt sowieso Jen ok nee hat mich gerade geholt ach so die ok ich hätte jetzt gedacht die macht eher Jen was macht er denn jetzt da oben der soll sich verpieseln ich stehe die ganze zeit und ich komme nicht raus wenn der da oben ist ich will auch nicht das opfer sein wenn ich jetzt nach oben gehe ok ja danke in der hoffnung dass er mich nicht gesehen hat ok er hat mich nicht gesehen Glück gehabt vor ist er denn vor ist er denn ach so direkt hinter mir ach so direkt hinter mir ah ja gut und sie läuft da bei mir lang ah ja ja ein jent fehlt noch ich habe keinen einzigen jenten gehört er ist aber auch ein bisschen panne ne das guckt er gerade ich mach mal ein toter ja ja ich habe ihn gesehen er hat mich gerade irgendwie gesucht ja haben wir schon von gehört Elektrikus und wie ist der Elektrikus hat sich auch den neuen Kinder angeguckt Cooper hat uns gerade davon erzählt er hatte mir eigentlich einen Link geschickt aber irgendwie lässt sich das über mein Handy nicht öffnen dann gibt es hier noch einen Jen oh ich glaube ich habe einen Jen ja der ist noch nicht funktionstüchtig dann nehme ich nochmal das Totem mit ich muss nur einmal irgendwo überleben und so ach so für mich zählt die Quest dann ja zweimal jetzt wenn ich jetzt noch einen Jen habe ich glaube drei habe ich schon gemacht und dann noch entkommen dann habe ich beide Dailies wenn der kleine ständig hierher kommen würde es ist gemein weil er immer irgendwo rumläuft man sieht nicht wo er ist aber er ist immer irgendwie in der Nähe wenn ich eigentlich glaube der Ausgang ist nicht weit entfernt was OO der tut die Jens beobachten deswegen hm ich wollte mich gerade zu einer Jen gehen wo der Ausgang auch ist ich habe mich gerade noch duten können ja aber zu so wirklich zu unserem kommt er auch nicht oder kommt er doch jetzt nee nicht wirklich und wir haben gleich den letzten fertig warte kurz Elektrikus wie meinst du das der kostet sich mit der Pest an den habe ich jetzt nicht so ganz verstanden ich schätze er geht links zum Ausgang ja war klar da wo die andere auch was naja Tor ist offen oh scheiße jetzt habe ich glaube ich doch das Problem dass ich ihm direkt in die Arme laufe das war so klar oh die Luke ist da die Luke ist direkt am anderen Ausgang so und ich hänge am Haken und die Anne erholt mich ich schwöre es dir die Geiern bestimmt safe bei der Luke jetzt ich geh lieber raus ja ja alles gut ich will mir das nochmal angucken eben ich muss mich nur erstmal kurz heilen aha D wie erfolgreich juhu warte mal ich muss jetzt mal gucken ob sie die Luke geiert save ne sie ist nur die andere du bist als einziger drinnen geh jetzt in die Luke schön ja rein mit dir yes juhu ah ok moin Arno Dübel ja ich streame das öfteren nur manchmal habe ich auch keine Zeit aha es ist ein Erdensee ne der Killer gg hier gg hier das war das war mal also das war mal eine Runde die abnormal ist die nicht zu mir passt weil normalerweise finde ich nie die Luke ich überlebe nie das erste Mal und hänge eigentlich immer sofort am Haken eigentlich heute haben wir mal alle Tradition gebrochen weil vielleicht bringt näher Karlsson heute mal Glück ich lad mal kurz der Kurve wieder ein obwohl es nicht gut ist dann steigen wir wieder vom Rang aber gut das ist die Eingewöhnungsrunde das ist die Glückrunde ja echt normalerweise sind wir ja nicht so gut aha ok da bin ich mal gespannt aber ich habe schon gesagt für mich wird das ja eigentlich sowieso nicht so interessant soll ich mal weil was soll ich denn damit was soll ich mit dem Killer weiße vielleicht wird es mal irgendwann interessant für mich dass ich sage ich hole mir die Killer wegen den Survivor wenn es nochmal im Angebot ist aber ja wieso wie sieht denn der Survivor aus oh ihr seid schon wieder bestens informiert ja Elektrikus sowieso nein 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 Loll, nein. Nein, Elektrikus, nicht so gerne. Na, Kacke halt, okay. Jetzt habe ich total ein Bild, Arno Dübel. Er sieht kacke aus. Und wir haben ein roter Leitungkiller. Und kein AFK-Aller. Na, das wird ja eine spaßige Runde. Junges Haar, nee, blondes Haar und weiß was ich wie. Ich dachte, du hättest da jetzt eine Beschreibung, Arno Dübel. Jung, brutal gut aussehen. Etwas dicklich? Ist jetzt nicht unbedingt negativ, ne? Ich gucke auf Google. Ja, wie gesagt, ich hatte vorhin schon... Google. Google, dein Freund und Helfer. Der Link lässt sich... Wenn ich den Link öffne von Cooper... Ach so, doch, ich kann weiterleiten machen. Der neue Killer. Ah, The Nurse. Die sieht ja aus wie eine Nonne. Ich soll ja auch eine Nonne sein. Warte mal, Dead by Daylight VR? Nee. Ja, eine Nonne, aber ich sehe den Survivor jetzt nicht auf dieser Seite. Ich kann jetzt auch nicht die ganze Zeit gucken. Ich muss noch ein bisschen... Äh, was macht der da? Ja, sie ist. Keine Ahnung. Ich habe auch, dass wir da die Generatoren treten. Ja. Ach so, hier ist... Ich glaube, wir haben schon wieder Leather-Feed. Ich bin aber nicht sicher. Ich komme nur so von der Frisur. Von Weitem auch so. Ja, ich sehe es von Weitem gerade nicht. Bei mir tut er Gott sei Dank ja wegen der... ...wegen einem Perk aufleuchten. Und die Frisur hat eher so Ort wie die. Fahre ich ja das. Ach so. Äh. Ja, ist bei mir in der Nähe. Aber where? Ach, Leatherface, ja. Mhm. Ich kann sie schon auseinanderhalten. Tschö, tschö. Wo sucht er denn da? Ist er du? Das Feuer im Gesicht. Das gibt es noch nicht. Die Plage. Ach, da hast du da geschrieben. Moment. Ach, jetzt weiß ich, warum er da so rumtobt. Äh, da hat Ruin drin. Fetten Entenarsch. Und sowas wurde nicht gesperrt. Das wundert mich gerade. Eine alte Frigide. Und eine strenge Mathelehrerin. Jetzt habe ich ein Bild. Danke. Stammt aus der babylonischen Zeit. Eine mystische Übel, also Plage. Wieso ist das Kotzen doof gemacht? Ich würde gar nicht mal so sagen. Fällt es gar nicht mal so schlecht. Freut euch doch mal, dass was Neues kommt. Das ist doch mal was Interessantes. Du bist nicht Fengming, ne? Doch. Ich habe, alo, ich bin extra weitergerannt. Aber so ruhig weiter. Wegen dem Toten. Ich bin extra weitergegangen, weil ich glaube, dass es nicht das Läufende ist. Ja, gut. Man kann es ja trotzdem mitnehmen, ne? Aha. Der Killer ist on the way. Aber jetzt campt er hier so auf blöde Welle. Vielleicht kann es natürlich sein, dass das Tutem da ist, wo er ihn gehängt hat. Obwohl, ne, da war ich ja eben gerade schon. Obwohl, es könnte trotzdem da sein. Ich gehe mal hier gucken, wo der Killer ist. Irgendwo im Haus vielleicht. Nee, hier ist kein Totem. Aber der watschelt die ganze Zeit ums Haus herum. Da habe ich gedacht, okay, das ist jetzt... Dein Palettenhaus ist das aber nicht. Aber ich habe jetzt gedacht, weil er mal in der Nähe vom Haus bleibt, dass er da ist. Ah ja, okay. Das hat schon jemand anderer. Na gut, dann können wir jetzt ja Jens machen. Das ist sowieso auch ein Weg da hinten hin. Scheiße. Das war nicht so gut. Oh, sorry. Dann sollten wir doch mal was... Ey. Wir haben irgendwie... Ja. Beide den gleichen Gedanken. Okay, er haut wieder ab. Oder auch nicht. Ja. Ich habe nicht geahnt, dass der von hinten kommt. Oha. Das hätte ich jetzt nicht geahnt. Was? Ach man. Du hässliche Gestalt. Wo hängst du mich denn ganz hin? Auf dem Berg. Hast du aber glücklich, dass du es gerade noch so schaffst? Jetzt hör auf zu campen. Ja, jetzt wird er campen, ey. Du bist denn... Alter. Frustrierter. Na doch nicht. Er läuft ins Haus. Es kommt jemand zu dir? Ich glaube, ja. Bist du am Jen? Ja. Dann kommt... Versucht der andere gerade zu mir zu kommen, aber... Er läuft hier auch natürlich die ganze Zeit rum, ne? Wenn er Pech hat, hat er ihn gleich gesehen. Aber ne, er hat Glück gehabt. Er läuft zum Jen. Dankeschön, David King. Verpiesel dich, Jesse. Mich wundert es aber, dass die jetzt alle im Moment nicht auf so... auf so Perks spielen, die Killer. Das wundert mich echt. Was ist denn da los? Er kommt wieder, David. Das wäre nicht so gut, wenn du mich da jetzt so weiterhalsen, oder? Naja, doch. Dankeschön. Jetzt habe ich schon wieder einen Killermagnet, ey. Oh, das ist schläftig schlecht, David King. Er hat dich gesehen, glaube ich. Die machen einen Cut zum Mausspiel, David King und er. Also, ihr habt in Ruhe Zeit, Jen zu machen. Die rennen hier gerade ums Haus. Ich gucke gerade zu. Ich warte eigentlich, weil der Jen da drin ist, auch noch nicht, glaube ich. Der ist fast fertig. Oder der ist fertig. Kann ich mir nicht vorstellen. Der nervt ihn aber auch übelst. Er rennt die ganze Zeit ums Haus herum. Nee, hör auf mich zu blocken, du blöde Kuh. Jetzt ist er weggegangen, oder was? Ja. Neben der kleinen Hütte ist auch noch ein Jen. Obwohl er jetzt gerade bei der kleinen Hütte war. Er ist ja weggegangen. Richtig, Arno Dübel. Gut aufgepasst. Korrekt ist dieses. Dann liest mal doch jemand mein Profil durch. Oh, fuck. Das war dämlich mit H. Hau ab da, hau ab da. Boah, ich wollte gerade sagen... Ja, moin. Ich renne ihn schon wieder in die Arme. Wie geht das? Warum? Bin ich zu blöd für den, oder was? Was macht der denn? Hä? Ach so, er ist... Sag mal, ist er dir jetzt hinterher? Nee. Ach so, du bist gar nicht die. Ja, wollte ich gerade sagen. Ach, deswegen hatte ich mir nämlich gesagt, geht er weg. Ich dachte, du wärst das gewesen. Nee, wir haben zwei Fängen in der Gruppe. Ja, ja, hatte ich nicht drauf geachtet. Ich bin nämlich bei ihr in der Nähe. Also auch die, was mich geblockt hat beim Gehen. Na toll, er hängt sie in den Kenner und da ist der Generator nicht fertig. Ja, richtig, aber schon länger, Arno Dübel. So, geh jetzt raus da aus der Hütte. Wadda! Scheiße, wenn ich Glück hab, sieht er mich nicht hier jetzt. Ich hab mich unten im Schrank versteckt. Und wenn ich Pech hab, sieht er mich. Der macht sowas von Facecampen. Sein Arsch, ey. Soll ich ihn ablenken? Ja, ich bin ja schon unten im Keller, aber... Das Problem ist, er steht direkt vor dem Überlebenden und wartet, bis er tot ist. Soll ich ihn ablenken? Ja, dann, das ist zu spät, glaube ich, der wird es nicht überleben. Nein, oh Mann, ey. Scheiße. Oh, ne Millisekunde und ich hätte es noch geschafft. So ein Arsch, ey. Das ist die Blackjack, sagt das, dass man es nicht schafft, dass man es überlebt. Ja, ja. Das ist ärgerlich, ey. Ich hasse sowas. Jetzt kämmt er da die ganze Zeit da oben. Tolle Wurst. Oh, sieh. Ablenkungsmaneuwahr Nummer zwei. Jetzt brauchst du auch nicht mehr. Ja, wenn er da oben immer noch kämmt. Ja, ist egal. Ihr könnt ja einen Gen fertig machen. Das ist Wurst. Ich komm schon, irgendwann geht er schon weg, dann geh ich auch unten aus dem Keller raus. Das ist kein Problem. Soll, jetzt hat er den anderen Wickel. Dann fang mal, wo ein Geni ist. Ich mach jetzt krankendreißen, den im Haus weiter. In dem kleinen Haus. Der ist zwar immer noch irgendwo in der Nähe, aber ist mir jetzt egal. Der Assi. Wo ist er? Wo ist er? Ach, da hinten. Ja, guck mal. Jetzt zum Beispiel kannst du versuchen. Ich versuche den Gen jetzt hier fertig zu machen. Der ist drei Viertel. Ich hab sogar im grünen Werkzeugkasten gefunden gehabt. So, jetzt kommt er wahrscheinlich wieder. Dann werde ich fertig mit dem Gen und dann kannst du den abhängen. Ja. Na, scheiße, er hat mich gesehen. Okay, ich renne hin. Sie sind heute mal richtig gute Teammates. Ei. Ja, ja. Auf mich an zu grunzen. Du blöd zum Segen, Delphine Auer. Schlägst du mich? David, du hast mich gerettet. Ich rette dich, mein Schatzi. Ich mach schon mal Tor auf. In der Hoffnung. Dass du nicht hierher kommst. Nein, du musst gleich hier in diese Richtung rennen. Aber renn noch mal ein bisschen weiter. Weg. Erstmal. Ich renn doch eh schon weg. Ich fange Spaß, Menschen. Ich renn doch schon. Aber renn da wieder zurück. Das Tor ist gleich offen. Nein, okay. Geht nicht. Ihr habt mich erwischt. Ja, ja. Ich komm. Wenigstens ist das Tor schon auf. Renn in andere Richtung. Jetzt komm ich in den Keller. Danke. Scheiße. Toll, jetzt wird er da campen. Aber ist egal. Wo ist David King, ey? Ich muss ihn heilen. Damit wir beide... Ich hab dich für David geopfert. Obwohl, wenn wir Glück haben, rennt er jetzt zum Ausgangstor. Ach so, da ist er doch. Warte, ich heil ihn schnell. Wenn wir Glück haben, sieht er uns jetzt hier nicht. Nein. Scheiße. Fuck. Nein. Ah, nein. Boah, ich bin Jude. So, jetzt komm, komm. David Hull. Sakura. Nee, tu da nicht. Ist... Oh, nee. Das Problem ist, er hat mich einmal geschlagen. Ich muss mich kurz heilen. Fuck. Ja, ich wollte ihn gerade heilen, aber es war zu dicht dran. Er wollte dich auch holen, komm. Er redet auch darum. Ja, er hat auch keine Selbstheilung. Deswegen, das ist das Problem. Mhm. Kein Problem. Geht raus. Nee, nee. Doch, geh raus. Ah, ah. Warte. Er ist doch immer noch da. Er kämmt oben. Er kämmt bei mir. Er war gerade sogar unten im Keller gerade bei mir. Uh, ich hab sie. Ich laufe ihn da direkt in die Arme. Komm, Sakura, ich opfer mich für dich. Nein, 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 nein. Komm, 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 komm. Nein. Oh, warum? Scheiße, und der Ausgang hier wäre sogar auch noch da gewesen. Du hast schon gerade gekämpft. Scheiße. Ja, ich bin tot. Engel, ich bin wenigstens oben am Bügel rauf. Ja, schön brav. Adieu. David King war ein guter Team-Mate. Arschloch. Fuck. Ach, stört mich nicht. Nee, er war eigentlich eine gute Runde. Also gute Team-Mates. Das ist ja, haben wir keinen Arschwächer dabei gehabt. Wer war jetzt David King? Ich meine, ich habe trotzdem 10.000 Punkte da bekommen. Mhm. Ich glaube, wer war das? Der Küchen-Like. Tada. Okay, dann. Gut. Next round. Ganz kurz einmal noch einmal weiterleben. Ich gehe mal endlich in den roten Perk. Nein, natürlich nicht. Ich lade dich ein. Okay. Yep. Hmm. Hm? Gute Runden bis jetzt gehabt, finde ich. Ja, wir sollten auch mal wieder Schlick spielen. Du meinst ich, dass ich am Haken hänge? Ja, ich auch, weil ich bin ja mein Dank 13 schon. Ja, ich weiß, es geht irgendwie schnell wieder nach oben. Oh, Tommy ist an der Spitze mit seinem Bits. Wie sehe ich gerade? Da habe ich doch eine H. Da ist es doch. Schade. Aber nein. Das wäre es jetzt wieder. Das wäre es jetzt wieder. Apropos, ne? Meine Lichterkette. Ich gucke jedes Mal in die Kamera und denke an die Lichterkette. Da habe ich schon hundertmal. Eingeschrieben. Oh, oh, du solltest da von dem Platz weggehen. Ich gucke gleich, Moment, eine Sekunde. Der hat mich gerade in der Akne sabotiert. Mhm. Tschüss. Das ist die Jägerin. Schon ganz kurz, bevor ich es wieder vergessen habe. Deswegen bin ich schnell in den Kasten rein. Ich habe es in Lahlen gehört. Ah ja, sie ist da, aber nicht so weit entfernt, aber immer noch weit entfernt genug. Da sabotiert ständig jemand irgendwelche Haken, okay. Er hat jetzt wahrscheinlich die Aufgabe, Tagesaufgabe oder so. Sag mal, wenn man den Werkzeugkasten mitnimmt und den aber schon mal benutzt hat, fühlt er sich wieder neu auf, oder wie? Anscheinend. Weil der war eben gerade schon... Ja, wenn sie wieder... Der ist dann... Ja, Fluchruin. Nee, Fluch einer Jägerin. Ist nicht Ruin. Ruin hat der auch drin. Na, sie hat mich gesehen. Ja? Auch? Öh. Was? Durchs Fenster? Ich bin doch schon über. Treppen. Oh, scheiße, scheiße. Warum lässt sie denn vor mir ab? Sie wird vor mir abgelassen. Sie ist lieber wieder nochmal zum Jen hingegangen. Okay. Komisch. Das war überhaupt nicht dreist. Was denn? Ach so, ich glaube, sie muss Leute mit der Axt ich laufe ihr jedes Mal entgegen und sie tötet mich nicht. Was denn jetzt nun? Es kann sein, dass sie mir einen Ball werfen muss. Oder ich weiß nicht, was die macht, aber sie hätte mich schon dreimal töten können. Haben sie beide Totems jetzt, oder was? Oder war das nur eins? Eins. Es war, wie gesagt, es war nur eins. Das andere ist nicht wirklich eins. Was zerstört. Das ganz doch Fluch der Jägerin kann man ja nicht zerstören. Nee, eben. Ich habe mich schon gewundert. Wie gesagt, sie hat auch das Fluch über ihn drin gehabt. Hm. Komischer Killer. Jetzt kommt sie wieder zu mir. Was finden das? Warum? Dankeschön, Green. So sehe ich das auch. Ich habe da immer keinen Bock drauf. Spielst du mit dem Killer? Das ist einmal eins. Nee, aber der ist echt extrem nicht der Hellste, der Bean. Ich bin gerade ich bin eigentlich nur beim Generator-Frieden. Jedmal, wenn sie auf meiner Seite fliegen sind, habe ich die Generator-Seite gewechselt. Ja, ich auch gerade. Also, der ist nicht der Hellste auf jeden Fall. Ich habe ihn klopfen lassen und wie er weggerannt ist, habe ich meinen Jammel angeteilt, dass er nicht weiter zurück sind. Das war gerade laut. Hm. Ich bin gerade am Ausgang. Ich kann leider nicht den Chen weitermachen, weil die Dusita mit dem Killer bei mir rumlauft die ganze Zeit. Ich habe ja die Hoffnung, dass irgendwer den Chen mal fertig macht. Von den anderen zwei. Danke, Green, für dein Follow. Habe ich nie gesagt, Badass. Gesagt mal vielleicht, aber ich denke eher nicht so wie die anderen das ständig machen. Oh, der Killer macht ernst. Ja, da müssen wir doch nochmal weiter machen hier. Und klappt fertig. Na toll. Und? Fertig. Dann gehe ich nochmal kurz zu meinem Ausgang, weil der Anna hat ihn ja auch anscheinend wieder runterwollt. Ähm, generell bin ich aber nicht so für Musik. Das weißt du auch, Badass. Vielleicht mal einen Abend oder so, aber dauerhaft. Mal so einen witzigen, äh, Das stimmt. Wohl wahr war das. Steht so einige. Noch. Was soll ich auch sagen? Oh, ich habe die Luke. Na. Ich warte, bis die anderen raus müssen, dann kannst du ja die Luke haben. Ja, oder auch nicht. Ähm. Jetzt habe ich auch noch einige Videos von Jetson, die ich mir noch angucken muss. Ja, das hat echt gute in letzter Zeit rausgebracht immer. Die hilfreich waren. Aber, ähm, ich würde ja eher so eine Song-Request machen irgendwann nochmal. Vielleicht mal so zwischendurch. Aber wenn ich mir da vorstelle, was manche Leute für Lieder wünschen, ey, dann nein, danke. Da brauche ich echt mal die Schokolade drauf. Da wäre ich schon bei Rammstein, wäre ich schon mal direkt skippen. So, was machen wir dann jetzt mit dem Hängen da? Ja, versucht sich anscheinend selbst runterzuholen. Ja, genau, ich mache es Dienstag. Auf jeden. Ich singe auch immer schon für euch. Ich gehe hin. Ich bin auch schon gleich da. Ruttel. Aber der Killer auch. Face Camping, oder was? Oh ja. Aber sowas von Face Camping. Ich stehe hinter ihm und er macht nichts. Das ist ein komischer Kinder. Das sind die zwei Randoms, ne? Jetzt bleibt er stehen. Was ist denn das für ein Killer, ey? Der ist urdoof, ey. Der ist urdoof, ey. Ja, aber ich warte ja, bis der andere Random auch draußen ist. Der steht da am Ausgang und guckt die Wand an. Was macht dieser Typ? Ja, ich gehe raus. Das Problem ist, das wird mit dem Random wahrscheinlich, wahrscheinlich ein bisschen doof. Hat der schon die Luke gesehen? Der ist auch raus. Ah, der ist auch raus, okay. Kommst du durch die Luke? Ja. Wunder, herrlichst. Sehr schön. Ein guter Hunden heute. Wenn Cooper gleich mal dazu kommt, bestimmt nicht mehr. Dann hänge ich bestimmt wieder. Der Killer schämt sich. Ja, echt? Stell dich in die Ecke. So geht das nicht. Nein. Ach so, was mache ich denn? Sakura ein Land. Green Cities. Mir ist jetzt den ganzen Tag kalt, ne? Das wäre da so scheiße. Mit dem Pissriegen die ganze Zeit und dann auch so kalt und ich bin so gefroren heute. Jetzt sind wir schon wieder so warm. Was soll ich schon sagen? Ich sitze mit kaputten Bulli in der Wohnung, wenn man kalt ist. Also, war gut, ich habe auch ein Polieren. Ich bin mal gespannt, ob die Werkzeugkiste jetzt voll ist. Weil jetzt habe ich sie definitiv richtig, also schon fast bis Ende aufgebraucht, glaube ich, war das. Das ist mir noch nie so aufgefallen. Meistens war es doch so, dass es schon dann angebrochen war, oder nicht? Na, eigentlich schon. Ja, ne? Da habe ich falsch geguckt vorhin. Muss mal gucken. Hm. Tut die nicht da so unbequem? Mäuschen. Was machst du denn da? Was sind die Instagram-Story-Posen hier? Was ... Was ... hä ... Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich habe die tatsächlich, die Werkzeugkiste ist wieder voll. Das ist ja sehr praktisch. War das, ich möchte anmerken, dass wir den neuen Rekord haben. Ich habe die Werkzeugkisten schon seit drei Runden jetzt. Wer ist es und wo ist es? Keine Ahnung, wir waren da in der Nähe von mir, aber wer es ist, weiß ich nicht. Ja, ich sehe noch nichts ganz. Ich blicke da noch nicht so ganz durch. Wir haben den Lederfels. Ach so, Lederfels. Okay, ich hätte jetzt gedacht, es wäre schon wieder die Jägerin. Mhm, dank Frisur erkannt. Witzig, ich hätte schon dreimal hintereinander. Eigentlich ist der immer voll ätzend. Aha. Kludett schließt sich meines Gens an. Ich mache trotzdem weiter. Kludetti. Ja, enter dich, Lederfels. Vor allem ist das Toten. Ich spiele mir das Lied vom Tod. Autsch! Aha. Und wiederum bin ich Nummer uno. Hast du mein Ticket heute gezogen? Ja, anscheinend. Ich habe die Jägerin, die tut jetzt. Die Tote haben es aber auch scheiße. Und die sind so wieder die erste D, die hängt. Oh, die ein. Die Kludetti rennt direkt auf die zu. Ja, wir haben Facecamper. Ah ja. Warum haut er mich hin? Ich wollte mich gerade fragen. Uh, er haut mich hin. Ah, scheiße, ich bin... Ich wollte mich gerade heilen. Ah ja. Autsch! Ah ja, okay. Hm. Das habe ich auch nicht so ganz verstanden jetzt, die Geschichte. Hä? Ist sie doof? Er sagt nein. Nein. Alla instant, ey. Wenn das jetzt mit Absicht ist, dass wir beide sterben müssen, dann quitte ich die Runde. Ja, tun wir anscheinend. Ja, da kommt das raus. Das ist, nee, hallo. Das geht ja gar nicht, ey. Frauentausch, ja. Nee, ey. Habe ich doch nicht verarscht, ne hier. Vor allem nicht beim Preis. Das sind die übelste Frechheit, du ehrlich. Ich hätte nochmal melden müssen, ey. Und zwar, aber sowas von abgesprochen, ey. Green, spielst du auch Dead by Dead oder andere Spiele? Das wäre es vielleicht schon weg, weil du nicht so viel schreibst. So, Geschmackssache mit dem Schreiben. Manche sind ja sehr stillschweigend bei mir im Chat. Ah, dann lädst du es hier gerade runter. Was bezahlt es jetzt aktuell für Dead by Daylight? 1999, okay, gut. Das geht ja noch. Weil es gab es ja mal eine Zeit lang umsonst. Man munkelte, dass es demnächst wieder irgendwann umsonst ist. Aber glaube ich eher nicht. Ja, leider nicht im Sale. Ich hole mir meistens immer die Spiele im Sale. Aber ich habe auch kein Leben. Lohnt sich auf jeden Fall. Viele Spiele, das ist ja schon seit langer, langer Zeit. Man muss es ja, das ist ja ein Spiel, was man immer mal so zwischendurch auch zocken kann, ne. Also jetzt nicht permanent konstant, aber hin und wieder mal, macht es Spaß auf jeden Fall. Ja, ist auch lustig, ja. Vor allem, wenn man es mit Leuten spielt, die man kennt. So wie Niki, der Anti-Mate, ne. Der immer erst die Totems macht, bevor er einen rettet. Ja, schon lustig manchmal. Ah, das täusche ich nicht. Ob der Killer gut oder schlecht ist. Wollte ich gerade sagen. Also die Runden können manchmal auch lange dauern. Das kommt ganz drauf an, wie die Runde läuft. Ey, man kann auch ziemlich lange warten, bis man überhaupt in eine Lobby reinkommt. Genau. Ich wollte gerade sagen, heute haben wir echt mega Glück. Normalerweise, das ist das einzige Nerven in diesem Spiel, ist die Lobby auf jeden Fall. Also in jedem anderen Spiel gibt es nicht so ein Problem, aber hier auf jeden Fall. Manchmal sitzen wir hier und warten 10 Minuten auf eine Lobby, ey. Dann musst du wieder eine neue aufmachen, weil die dann wahrscheinlich rumbackt oder so. Ja, es ist halt warten. Dieser Killer haut ab. Ja, aber das ist nervig. Also das könnten sie echt mal ändern. Oder genau, oder der Killer, oder? Wahrscheinlich jetzt, weil wir drüber geredet haben, müssen wir warten auf eine Lobby. Wann wird es mal wieder endlich Sommer? Ein Sommer, wie es letztes Jahr mal war. Seit, ich glaube, Oktober oder sowas. Wir haben gemunkelt. Das war nämlich da, wo es das letzte Mal umsonst war. Da hatte ich mir es geholt, auf Empfindung von einem sehr guten Mitspielerkameraden. Und, ja, der zockt das jetzt nicht mehr so häufig, sondern eher andere Spiele. Was macht der eigentlich überhaupt? Soll ich was dazu sagen? Tu, 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 genau. Ähm, wo ist er eigentlich? Ist der noch auf, äh, warte mal, da muss ich mal gleich mal stalken. Ich stalke mal. Achso, dann stalk du mal. Der ist bestimmt noch auf Fortnite. Fortnite, aha. Ja, war klar. Weil er hat gesagt, er trifft sich mit einem Kumpel und spielt mit ihm Mission. Wer dieser auch ist. Ich glaube, ich bin zurzeit gerade Heimatbasis nur, aber egal. Ja, weil er hatte, früher ist er raus und hat gesagt, er wollte ihm irgendwie helfen oder was weiß ich, was er machen wollte. Ne, nicht gerade so lange. Aber Green, ich spiele auch noch ein paar andere Spiele. Und ich spiele immer je nachdem, was gerade so ansteht. Im Moment haben wir auch nicht so die Zeit wieder. Und Dead by Daylight haben wir jetzt schon wieder ein paar Tage nicht gespielt. Und Sakura und ich, das ist unser Ritual, dass wir immer so ab 21 Uhr immer Dead by Daylight spielen. Deswegen habe ich gedacht, ah, heute können wir ja mal wieder, ne? Ja, habe ich schon vernachlässigt gefühlt. Siehst du, genau. Aber morgen wird das wieder nichts. Aber morgen müssten wir das früher sonst machen. Aber ab halb fünf bin ich weg. Und dann wird es wahrscheinlich wieder spät. Echt? Ich finde meine Stimme furchtbar. Naja, scheiße. Ich hoffe, dass ich mit der einen Kuchen drin habe. Sollen wir roten Schlüssel mitnehmen? Boah, wir müssen uns beilen. Panik bricht aus. Panik, Panik, Panik. Wir haben auch nicht vorher geguckt, na? Doch, ich habe einen Kuchen mit der drin. Mit dem habe ich einen Kuchen drin. Ich habe einen Lila nennen. Was geht damit? Fünf Sekunden, okay. Ich nehme den mit. Ich habe auch einen Lila nennen. Na gut. Nee, einer nur. Einer nur. Okay. Ich habe ihn jetzt schon drin. Also wenn sowas passiert, übrigens Green, kannst du dir merken, das ist meistens ein AFK-Killer, also so ein Bot. Der steht da nur rum und schlägt. Es gibt viele, die faken das auch. Aber bei dem sieht man das ja eindeutig. Der hat eine rote Leitung und Strich geht immer durch. Ich schau mal schnell, ob ich nicht mit dir eine habe. Sakura, warte nicht zu lange. Nicht, dass nachher einer reinschaut und dann geht es nicht so wie bei mir letztes Mal. Ja. Nein, für üblich kreischen wir nicht so viel rum. Das stimmt. Wie meinst du das? Was ist nochmal? Gibt es ein Matchmaking oder mischt das Spiel alle Spieler? Anscheinend, weiß ich gar nicht, wie das ist. Wir haben schon mal versucht, dass wir mit jemanden, den wir kennen, der Killer ist, ein Lobby zu joinen, aber das ist nicht so einfach. Du kannst ja auch unter Freunden spielen. Auf Computer geht das, dass du auch Punkte farmen kannst. Und hier auf Playstation halt nicht. Und wenn wir zum Beispiel mal jetzt so durch Zufall ein AFK-Killer haben, dann farmen wir natürlich Punkte. Ja, so ungefähr. Nee, ach so, meinst du das? Nee, das geht schon nach Level. Also wir sind jetzt zum Beispiel im Rang... Was sind wir jetzt? 13? 13, glaube ich. 13. Ja, dann orientiert sich der Killer nach... Wenn da jetzt jemand noch mit Rang 15 dabei ist, der bleibt schon in den Rängen. Also sagen wir es mal so, wenn du Rang 20 bist, bist du niedrig. Wenn du Rang 1 bist, bist du ganz hoch. So. Ja, genau. War das? Ich hatte das erst nicht verstanden. Ja, klar. Obwohl, Green, man muss sagen, also wir spielen eigentlich eher lieber auf den unteren Rängen. Und wir sind jetzt gerade so in der Mitte. Weil desto höher du kommst, auf Rang 1 und 2 zum Beispiel, desto schlimmer werden die Killer. Die fangen an nur zu campen, zu tunneln. Und also so richtig abartig. Und da hast du eigentlich, finde ich, kaum Chance. Okay gut, das Problem ist jetzt, wir haben keinen vierten Überlebenden. Wenn der nicht kommt, dann haben wir ein Problem. Komm schon. Warum nimmst du eigentlich deinen Brotos mit? Will ich nix sagen, aber es gibt doch genug Truhen. Kannst du auch was mitnehmen. Oder verbrauchen, ja stimmt, hast recht. Na was, jetzt? Mach wie du denkst, mach wie du denkst. Ich hoffe nur, dass es jetzt überhaupt mal klappt. Wenn jetzt keiner reinkommt, dann haben wir ein Problem. Ne, Dennis, aber nicht hier im Norden, weißt du doch. Ja, das Problem ist, du siehst es ja schon in der Lobby, äh Green, wenn die Leitung rot ist, also jetzt nicht bei diesem jetzt hier, sondern generell bei anderen Spielern, die keine AFK-Killer sind und eine rote Leitung haben, dann ist es natürlich richtig übel, ne? Dann stehst du auf einmal auf einem ganz anderen Ort und so, dann macht das Bock, auch nicht zu spielen. Manchmal hast du halt Pech und du hast ziemlich viele rote Leitungen mit dabei. Das hängt immer halt von dem Killer, deren Leitung ab. Und das mit den Campern, ja, Pech oder Glück, ne? Es ist ja erlaubt zu campen, leider. Mhm. Ja, das finde ich auch mit dem Host. Müssten sie eigentlich langsam mal gefixt bekommen, aber... Das ist ein lieber Killer. Das sagen manche... Naja, wenn er, äh... Wer spielt? Also ich weiß nicht, lieber Killer. Ja, manche sagen, dass sie Punkte fahren wollen, die mit dem Killer dann, der zwar nicht AFK ist, aber der eben halt so spielt, dass beide Punkte bekommen, zum Beispiel. Und dich trotzdem gehen lässt, das ist ein lieber Killer, glaube ich, wird das die meisten... Aber ich finde zum Beispiel... Ein lieber Killer ist, wenn er von vier Leuten drei umbringt und dich selber dann noch zur Luke trägt. Oder so, ja. Punkte fahren wir meistens auch. Oder, ähm... Ich finde, es ist aber auch ein guter Killer, wer da manchmal auch echt gut spielt. Also, da sag ich auch nichts. Wenn ich dann sterbe, dann ist es meine Schuld halt. Es gibt einige, die spielen so gut, die haben wenig Perks drin und können trotzdem richtig gut spielen. Haben wir manchmal, ist so der Fall. Dann lass ich auch ein Like da. Also, der Killer soll ja auch trotzdem Killer bleiben, ne? Ja, genau. Badass ist, äh... Ekelhaft. Nicht das Gegenteil von lieb, sondern einfach ekelhaft. Den möchte ich nicht als Killer haben. Scheiße. Was machen wir da jetzt? Fuck. Ja, wenn kein Peter reinkommt, wird das wahrscheinlich verpackt sein und wir müssen. Ja, leider. So weh es uns auch tut. Ja. Ich denke ja. Aber die anderen bleibt auch echt. Eisener Wille. Jetzt sagen wir eine Minute warten wir noch. Ansonsten haben wir das Problem. Ansonsten soll ich es anders lösen. Nein, soweit ich weiß, als ich einmal rausgegangen bin, hast, bist du plötzlich in die Lobby reinkommen. Wie meinst du? Ja, aber nee, das wäre doch doof. Ich meine, die Fengming rührt sich ja auch nicht. Wir warten noch mal ein bisschen. Okay, ich warte jetzt bis 30 und wenn es dann passiert, gehe ich raus und wünsche dir Glück. Dann bin ich mal gespannt. Ich glaube, die Lobby ist eher verpackt und da kommt auch kein Neuer rein. Abwarten, ich warte jetzt bis es auf 30 gilt. Mal gucken, ob unsere Uhren gleich gehen. Also ich finde, Green auf jeden Fall kann man die 19,99 Euro für das Spiel ausgeben. Das lohnt sich schon. Mhm. Das habe ich ja auch rausgegeben für das Spiel. Mhm. Ja, schon Green, aber einige Sachen könnten sie auch echt mal fixen. Tatsache. Ja, das sage ich doch. Ja, aber es kommt trotzdem kein Dritter rein. Komm schon, Vierter. Vierter meine ich. Ja, und jetzt geht der andere. Ist ja auch sehr interessant. Ah, no, what? Hast du beinahe die Lobby gekriegt? Nö. Ich habe dir die Daumen drückt, dass ein Vierter reinkommt. Und jetzt hauen alle beide wieder ab. Das ist doch wie Schiss. Ja, aber jetzt vielleicht bleiben auch mal welche drin, die das checken. Warte mal, aber dann nehme ich den Schlüssel raus auf jeden Fall. Ah, gar nichts. Ja, aber das wird dann ja wieder nichts mit Punkte fahren, ey. Hm. Egal. Vielleicht verstehen die was von ihrem Handwerk. Das ist auf jeden Fall, ja. Zwei, die nur ihren Kuchen drin haben, also. Die anderen zwei schnallen es wohl nicht. Oder die haben keinen Kuchen mehr. Hm. Danke, Sakura. Ist das eigentlich gedacht, willst du rausgehen, oder was? Ja, aber sonst hätte es ja nicht funktioniert. Fengming ist ja auch... Hm. Störrisch geblieben. Kein Problem. Hier ist jetzt Green, ein Wettlauf gegen die Zeit. Da ich jetzt mit Random spiele, wenn ich so vier Punkte mache, wie es geht. Gleich zu einem Totem-Rennen das machen. Und zwar noch sofort. Und ich suche mir eine Runde und du runterleveln. Hm. Also instant zum Killer-Rennen. Oh, oh, oh. Wenn's dann klappt, ja. Da kein Ding Green, der verfahren möchte. Also, ich kann ja auch eine Empfehlung für Perks geben, so, mittlerweile. Aber ich lese mir auch nicht jeden durch, muss ich ganz ehrlich sagen. Da bin ich erst zuvor. Ich hab mich so eingespielt mit meinen Perks. Sag ich mal so. Jeder muss das auch für sich selbst herausfinden. Aber es gibt natürlich so gute und schlechte. Hm. Selbstheilung ist das Wichtigste. Genau. Das Wichtigste ist auf jeden Fall die Selbstheilung. Oh, der Kill ist auch schon gleich hier. Ja, da siehst du den Killer schon. Das ist der Doktor und er schlägt. So, und was gutes Teamplay wäre jetzt, wenn sich alle dann gleich beim Killer, ähm, versammeln, sich schlagen lassen und dann wir uns gegenseitig heilen. Dadurch krieg ich halt jeder Punkte. Ich denke, ja, man munkelt. Genau, das weiß keiner eigentlich. Würde ich jetzt nur sagen. Oh, der hat einen komischen Namen. Ja, der hat einen echt lustigen Namen. Ein hohen Chunky. Ein hohen Chunky. Oh, da ist die Kiste. Ich glaube, bevor ich die... Toll, ne, Toschnalle. Aber kapieren du es trotzdem nicht, wie die das machen, dass ich da hinstellen und ein Brot schlagen, weil... Das muss ein Bot sein. Ja, aber gut. Uh, er hat Ruinen. Wie soll das von der PS überhaupt gehen? Weiß ich auch nicht, keine Ahnung. Aber es muss ja an Bord sein. Ansonsten wird das ja nicht so funktionieren. Oh, der eine hat Disconnected. Ja, lol. Der hat die Welt nicht verstanden. Okay, was ist denn der? Mehr Punkte für uns. Ja, aber trotzdem... Nein, mein Headset. Ich muss das Kabel wieder anstecken, es tut mir leid. Er sagt, er will aber lange durchgehalten, das Headset. Was ist das für fluchte Totem? Wolltest du gleich mal über Nacht anhängen. Ah, über Nacht weiß ich. Also wenn du schlafen, geht. Warum sucht auch kein Schwein nach dem Totem, das verstehe ich nicht. Ich muss kurz anstecken. Auch wenn der Ton jetzt dann wieder da ist. Ach was, ich stelle die Kanteleiser. Ja, aber die Leute im Stream hören, das auch. Maxi hat die Knappe. Der eine sabotiert Haken, als wenn es was Wichtiges gibt. Hier ist ein Totem. Maxi! Heiß, das tut ihm doch immer beim Kinder. Ja, ich hab's. Wunderbar. Das ist... Ja, es tut mir leid für das Brumm. Ich steck's auch gleich wieder raus. Ich musste nur mal so fünf Minuten jetzt laden und dann... Ich hab's vergessen halt. Schlampiger Schlachtratatum, okay. Was ist jetzt der? Ach, da ist der Jen. Wenn ich Glück hab, krieg ich jetzt noch einen Jen. Und einen Ausgang. Obwohl, ich könnte gleich meinen Headstand auch ausmachen, ne? Wenn das über die PS4-Cam geht. Können wir gleich mal testen. Ob das geht. Da in der Läste ich schon schlagen. Wo ist er, wo ist er, wo ist er, wo ist er? Der andere Ausgang? Da. Ich würde wenigstens einen Ausgang machen. Es gibt auch nochmal 1200 Punkte. Da. Da. Blind. Ah, nee, der ist da. Scheiße, der ist schon offen. Fuck, der macht den auf. Scheiße. Das waren die Punkte für den Arsch. Wo ist denn der Kinder? Totems sind auch so gut wie gemacht. Ich hör keins mehr. Die Luke hab ich allerdings auch noch nicht gesehen. Der eine ist schon raus. Ach, die Luke ist direkt beim Killer. Ja, moin. Wo ist denn die anderen jetzt hin? Ich würde jetzt natürlich schneller gehen, wenn jeder mitmacht. Sakura? Sakura? Ja, ja, ja. Soll ich es gleich nochmal... Mein Kater, mein Kater, mein Kater. Ach so, okay. Soll ich es nochmal ausprobieren, dass ich das Headset mal kurz ausmach? Ja, probiert. Okay. Hörst du mich, Sakura? Ja. Geil. Ich brauch gar kein Headset mehr zum Zocken. Toll, das dauert jetzt Ewigkeiten. Ich weiß nicht, wo der andere Randy ist, ey. Der sucht bestimmt nach der Luke. Was macht denn der? Steht der AFK irgendwo rum oder? Der hat einen Post-Animation. Ja, gut, Ballas. Aber besser als Brum, oder? Solid schneller im Kurs. Fertig. Ja, es ist wahrscheinlich Raumklamm, weil ich meine Soundanlage ja anhabe und über Fernseher Sakura jetzt höre. Ey, wenn das wieder so ein Penner ist, ne? Der wartet, bis ich da weggehe wegen der Luke, ne? Kann er vergessen. Ich stand hier vorhin irgendwo. Wo ist denn da hin? Da ist er doch. Ja, geh doch. Dankeschön. Wie gut. Zimmer. Ganz im Ernst. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das alleine fahren werde, aber es dauert ja Ewigkeiten, bis ich da weggehe. Ich habe halt einen großen Raum. Besser als das Brum, meine ich. Wow, doch fett sein, Blur. Ja. Kann nicht jeder kennen, aber gut. Wenn es hier ein Medikit gibt vielleicht. Und der hat auch alles mitgenommen, ja. Ja. Ja, was denn jetzt? Ein oder nicht ein? Das ist wie die Frage. Oh, es dauert immer ewig, wenn man alleine ist. Das nervt so echt. Glaub ich mach das mit dem Fähigkeitscheck auch nicht voll, ey. Das dauert ja eh nicht. Oder ich renne mal in den Keller. Das ist auch gut. Dass sie auch mal alle Pugs drin haben müssen, wenn sie aufpassen. Schön. Dich? 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 Max gejagt ist nur, ja, dann wäre ich, glaube ich, gleich durch die Lücke, weil, ja, danke, wünsche ich dir auch, Green, schlaf gut, Aber ich weiß, dass ich die ne coloured nicht versuche,stale words zu machen. Ja, ich gehe raus, Max, 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 nur bei Fähigkeitschecken, Max. Das dauert mir zu nehmen. Das mache ich richtig befreien, weil ich hier so ohne Headset spielen. Soll ich nicht durch die Haare wuscheln? So, Sakura. Ich bin noch in einer Runde. Okay, dann level ich noch ein bisschen weiter. Dann warte ich kurz. So, ich gehe jetzt auf die Haare wuscheln. So, ich gehe jetzt auf die Haare wuscheln. Ich gehe jetzt auf die Haare wuscheln. da und mann Was soll das? Ich will doch einen roten Perk freischalten und nicht großmoders Kochbuch, Mensch. Das sind kristallvolle. Oh Mann, ich finde es ein bestraffender. Ach, warte mal, Sakura. Wie war der Perk nochmal, wo du das... Ach nee, das ist nur das Add-on, was du wieder mitnimmst, ne? Welches meinst du jetzt? Schwarze Hand? Ja. Ach, schwarze Hand, das ist das, wo du kein Item verlierst. Das müsstest du mal für die Opfergaben geben, ne? Na, gibt's leider nicht. Ach, schau. Wenn's sowas geben würde, wär's irgendwie cool, weil... Ja. Dann könnte man die Batyschlange reingeben und würde die nicht verlieren. Richtig, deswegen ja. Das wär mega geil. Schade. F... A ist schon raus. Ne, nicht F. A, sondern... Ja, du weißt, was ich meine. Die Einladung. Ja, was ist das warm hier? Oh. Was soll ich denn jetzt machen? Nicht für ihn nehmen. Hä? Guck doch, die Nähe... Ist das die Nähe kalt, so man? Ja. Und wo waren wir? Da guckt man sich eine... eine Aufgabe... Ah, super. Nur... nur mit Killer. Nur Killer-Aufgaben. Ja, hab ich jetzt auch grad mit Bärenfall und Krankenschwester teleportieren, was ich garantiert nicht mache. Und zwar mit Freddy und einem mit diesen komischen Glöckchen-Tüten. Ah, der Geist, der ist so cool. Der Geist ist nicht so schlecht. Ich finde den Geist gut. Er wird mir Bärers wahrscheinlich zustimmen, obwohl ich ihn kenne. Und ich finde den Geist gut. Aber ich finde den Geist gut, wenn ich es nicht will, geht es okay. So, ich finde die endpoint ist okay. Und ich habe nicht. Ich glaube, ich fahre mir jetzt auch erstmal ein paar blutsplitter damit ich mir dann diese roten packs freischalten kann damit ich dann wenn ich prestige macht dann schneller sagen krieg blutpunkte ja auch naja das mit dem blut splittern wird wieder dauern weil du brauchst da bist du ja die viel level müssen nein ich meine du kannst doch diese roten parks auch kaufen die schönen scherben wo bist du die kaufen im job ja die meck hat ja schöne haare schön rot wenn ihr anseht da auch noch already drücken würde jetzt auch toll sie zu heißt das mit ihren bonbon haare da in zwei maps mal gucken nee das war nur eine das andere war ja die salzige statue was glück bringt ich war das puzzle lass mich achten du hast wieder nicht gelesen wo es hingeht ich packe halt alles rein was ich hab ne also wenn es eine map ist die mir nicht gefällt dann laufe ich zum killer und lasse mich instant hängen ja sehr gut was denn das puzzle teil ich weiß es nicht alle map kenne ich nicht auswendig solange sich das krankenhaus ist das mag ich nicht das ist blöd da darf nicht die fleischfabrik aber schlimmer als das krankenhaus ja wollte ich und die mag ich auch nicht ja fleischfabrik ich renne zum killer ich werde noch mal ein glück für seine zweiter hast du hast den map wo man nie weiß ob der killer oben oder unten ist das stimmt der zieler wo bist du auch noch wem haben wir denn wir haben die Hank, schon wieder, die was die Zerken auf Boden macht. Ach, die Hexen. Es leckt. Na ja, so schlimm auch nicht. Aber mir schon. Huh? Ach du Scheiße, hab ich mich erschrocken. Was ist denn hier eine Falle gestellt? Ist irgendwo das Toten, aber ich find's einfach nicht unbestimmt. Ich bin grad einfach mal impfen und an der Hexe vorbeigelaufen. Und an mir. Und an dir, ja. Auch. Ich bin kackengereisend aus dem Toten. Da ist auch ein Totem in der Ecke. Ich hab hier das Leuchten, ne? Doch, ist es nicht ein verfluchter Boden? Doch, ne. Ne. Wieso ist das andere auch leuchtend? Nö. Normal aussehend. Okay. Aber wir haben jetzt den überhaupt nicht gejagt, ne? Oh, Alter. Ja. Wenn die nach oben kommt, die Hexe, dann legt das aber sowas vor. In oben. Ja. Die hat immer so eine schöne Singstimme. Die sind tot. Jetzt seid hinter mir, ja. geh weg die kommt was soll ich sterben ich wollte sterben das Problem ist der andere wird mich wahrscheinlich retten oh nein ich bin weg hallo Ja, achso, war vorhin ja schon Das war ja vorhin schon Nee, einfach so Weiß ich gar nicht mehr Spielst du mit, DVD? Achso, okay, gut Bitte nab Sakura wolltest nicht sterben, ich fahre da auf dich Ja, der Killer ist zu dämlich Hallo? Ich renne nicht an den Killer her Ich Ich lache einen Drehwurm Hallo? Du sollst mich schlagen Ja, ich mache meinen Hetzer immer wieder an Guck, wir müssen jetzt nicht genug geladen sein Guck, wir müssen jetzt nicht genug geladen sein Ist der doof? Ich will nicht, kann man ja gar nicht zusehen Ich will nicht, nein, ich möchte nicht Ich möchte nicht Er liegt doch selber Und Turas hast du die ganze Zeit Fortnite gespielt? Du musst Achso Hm, okay Wo ist der blöde Killer? Mhm Guck mal, wie er wieder einen neuen Freund gefunden hat Ja, ja Aber zum Fortnite spielen Ich verstehe Achso Wie? Aber den Code gibt es doch gar nicht mehr Achso, okay Ja, ich hatte gerade noch mein Headset wieder am Lauen Fiff, fiff Wie war es denn so? Schlimm? Mit dem Klang Fiff, Sakura, ey Ich will nicht geheilt werden Ja, dann lass mich weiter krabbeln Wenn du so blöd willst, mich zu heilen, dann geh Lass mich sterben Hallo Lass mich Mann, bist du doof Lass mich sterben Ja, wenn ich aber nicht nochmal heilen kann, die doofu Vor allem, ich sterbe extra, weil Sakura sagt, die findet die Map scheiße und so weiter und so fort Und jetzt Hallo Spielen sie die Runde zu Ende Hör auf mich zu heilen Lass das Hör auf mich zu heilen Lass mich sterben Ja, also ich bin ja schon raus, ich fahrte eigentlich nur auf Sakura Ja Ich will ja sterben, aber die doofu Kuh, hör auf mich zu heilen Du weißt schon, dass du R1 und L2 oder R1 und L1 drücken kannst, damit du abhaust Ne Ich bin jetzt sicher auch nicht da hin Sakura, ey, das mach ich aber nicht nochmal Ich lass mich erst mal sterben und du spielst so und jetzt zu Ende Als hätt ich das nicht oft genug für dich auch gemacht Ja, aber dann hätt ich auch drinnen bleiben können, das meine ich Wie heißt, absichtlich gemacht Jetzt hättest du auch nicht mehr disconnecten müssen Ja, dann hör auf zum Nörgeln, ganz ehrlich Ich sag's ja nur, dann hätten wir auch die Runde zu Ende spielen können Das war vorhin easy gewesen Und Thoras, hast du eigentlich mal mit Missy gesprochen die letzten Tage? Einfach so Ach, okay Wenn man ja auch nichts mehr von ihm hört Ja, das sowieso Der ist ja nie online, wenn ich online bin Ich sehe ihn dann zumindest nie online Ich gucke ja immer bei der Liste Oder er stellt sich auf Offline-Modus Das weiß ich ja nicht Oder so, ja Hm Es ging ja schon fast zu schnell Naja, die Lobby Heute haben wir nicht so viel Pech, dass wir warten müssen immer stundenlang Heute geht das recht fix Eine Lobby nach der Ja, Sakura machte die Map nicht so Ja, ich hab Ich mach immer irgendeine Opfergabe rein Das war zufälligerweise die, oder? War das Puzzleteil nicht die? Map? Fleischfabrik? Ja Ah, okay Ja Jetzt haben wir Jacka Auch mal Die Map geht ja noch Ja, ich muss halt die Opfergaben auch mal irgendwann reintun, ne? Ja, aber bevor sie dann bei Prestige irgendwann alle weg sind, dann kann ich sie auch reintun So wie bei den anderen Spielen auch Welches da? Kostenlose Spiele Achso So ein Arsch wieder Ah, so kennst du mich Ach, wollte grad sagen Wenn, dann streamen wir das da auch mal Welches? Um mich dumm zu finden, brauche ich aber kein Spiel kaufen Da tue ich einfach schauen, ob ich so ein Doku finde Ach, wir haben die Krankenschwesse Da hat jemand bestimmt die Quest Ähm Hm? Ja, welches ist denn das? Ich gucke nachher sowieso mal in den Shop nochmal Ja, das habe ich glaube ich sowieso Ja, ich bin gespannt, wie die Krankenschwester spielt Ähm Witness Da müssen wir, ich muss mir das mal angucken, dann im Internet Videos Jetzt die Frage, wie schwierig das ist Okay Okay Na gut Ich glaube, dass es immer Spiele gibt, wo man irgendwo mal nicht weiterkommt Da kann man sich ja dann nochmal Hilfe holen Es ist ja kein Drama Zumindest, wenn man sich Hilfe holt und im Internet vielleicht nachschaut Wieso betrügen? Wenn man absolut nicht weiter weiß, dann kann man auch Ähm Was du meinst, die Zuschauer? Ja, die helfen ja auch nicht Nein Also bei SSG zum Beispiel War es vielleicht einer mal, der mal weitergeholfen hat Aber ansonsten auch nicht viele Die Krankenschwester macht ja gar nichts Ähm Oh, okay Das dauert Jetzt war ich das Die rennen die ganze Zeit bei der kleinen Hütte in der Gegend rum Keine Ahnung Vielleicht hat das einen Grund Äh, aber Kannst du, du kannst auch rein, tödlich den Download auch stoppen Achso, ja, stimmt Ja Nein, ich meine, falls du dann irgendwas anders zocken möchtest Und dann das, äh, irgendwann in der Nacht laufen lässt Das meine ich Wenn du schlafen gehst Okay Hm Warum bist du online? Also, ja, vor mir das, ne Okay Das dauert ja ewig mit der Typ, bei dem Chen arbeiten Auch wieso? Okay Ja, ich melde mich mal Weil der Typ, der was die Jagdwitz Die, mit dem, mit dem Klammern ist Gute Nacht, Thomas Mhm Lass wohl Bumben Ja, Knallen Und das ist ein komischer Killer Dass er da nur ums Haus rumrennt. Keine Ahnung. Ich habe überlegt, ob da nicht ihn das ist, was du versteckst, wenn es da war. Was? Wenn es ein Totem ist? Was soll das sein? Wer ist ja albern? Wir sind ja gleich schon fertig mit den Jans. Aber die rennt wirklich die ganze Zeit nur da rum. Ich gehe gleich mal gucken, weil Jen ist gleich fertig. Geh mal zum Ausgang, damit du einen bekommst. Dreiviertel schon. Ich bin aber genau beim Ausgang, wo die Departee ist. Das macht ja nichts. Die rennt das sowieso hier die ganze Zeit lang. Aha. Ne, jetzt geht sie zum Ausgang. Interessant. Du machst den Ausgang auf. Oh. Aha. Hallo. Entschuldige, aber Ich stehe vor deiner Nase, Frau. Ich kann mich krabbeln. Ich bin doch eh schon in der Nebenausgang. Oder hält mich zusammen. Was soll das? Toiletten zu mich zusammengehalten, dann hätte ich raus können. Dann hätte ich raus können, aber nein. Ich bin doch nicht. Mich als Opferlamm benutzen. Ah ja. Ich komme gleich holen. Der dreht durch. Aber keiner von den Beinen kommt auf die Idee, mich runterzuholen. Die verarscht und den Kehl auf. Tolle Wurst. Ich habe gedacht, ich finde nur mal den anderen Ausgang. Doch. Jetzt bist du runter. Ja, jetzt. Ich komme, Tuti. Moment. Ich mache mal den anderen Ausgang raus. Hä? Ach so, du bist auch raus. Ich dachte, du suchst die Luke vielleicht. Luke. Oh, da hätten wir ja noch eine kleine Herausforderung. Was, wie heißt der? Erdmann. Erdmann. Erdmann 1987. Ich muss noch mal die Luke suchen jetzt. Wenn ihr alles schon so abhaut. Viel Spaß. Ich hätte eigentlich gedacht, dass du da auf die Idee kommst, die zu suchen. Nö. Wenn ich schon mal die Ehre habe. Du meinst, dass du jetzt nicht so kindest? Ja. Und nicht so laut bist, hoffentlich. Na, pff. Das kann der Killer hören. Ich weiß. Der kommt doch. Und die Luke ist auch da. Klubs rein mit dir. Habe ich aber Glück gehabt jetzt. Tutti, was machst du denn da? Stehst da rum. Hallo. Tutti, frotti. Kommen Sie rein? Da haben Sie immer eine Einladung. Wer? Ich denke mal, bei der Name in schwarz sieht es aus Niki. Dann bestimmt, ja. Jo. Koopa ist immer noch offen. FIFA. So, kommst du rein jetzt? Oder was machst du da? Er war ja vorhin nicht online, ne? Der Niki. Er war vorhin nicht online. Komm rein, Meuschen. Komm. Kommst da rein. Komm. Ich, unser Kura, war einfach so. Ich, unser Kura, war einfach richtig dick. Der kennt mich allein immer an meiner Farbe. Meine. An deiner Farbe. Feintunny. Also, an meiner, von meinem Namen, von meinem Namen, an der Farbe. Ich kann heute nicht reden. Ich. Ja? Ich habe einen Sprachfälle entwickelt in den letzten fünf Minuten. Er ist einfach überwältig. Hast du irgendwas Schlimmes gesehen? Ja. Ja, okay. Du bist in der Ferse gekommen, ne? Danke. Die Assis. Oh. Ich habe vorhin geguckt, ob du online bist, aber du warst nicht online. Ich war auch mal mit Zertikon, sondern ich habe mal anderes Game gespielt. Ja. Was denn? Warst du offline, oder was? Nein. Also, ich war auch mal mit Zertikon, wie gesagt. Aber das haben wir jetzt gewonnen. Wobei ich dort eigentlich auch nur ein Spiel zur Konzert, Battlefield 4. Da passt Ihnen gerade, ja? 12, 13, 14. Lustig. Irgendwann werden wir in so einer Sekretärer bekommen, ich sehe es schon voraus. Also, bisher eigentlich muss ich ganz ehrlich sagen, den ganzen Abend hatten wir so entspannte Killer, dass sich keiner wirklich Mühe gegeben, finde ich. Oh, genau. Die Krankenschwester war lustig. Wenn ich schon nicht am Haken hände, dann würde ich was bedeuten. Ja, schon. Ich bin ergebt, die ganze Zeit gewesen, die war es als erst am Haken ging. Komischerweise, ja. Ich habe das Platz von Lick bekommen. Das Prüfsiegel des Hakens. Das ist aber gut, dass ich mir von Haken. Ja, aber ganz ehrlich, selbst wenn man vor einem steht, als Krankenschwester wird hier nicht so schwierig sein, einen zu schlagen. Man steht ja schon vor einem Nachbarn. Das stimmt, ja. Nein, nein, das stimmt. Das ist nur beim Teleportieren, wo sie einen Kopf unten hat und danach. Eben, die stand gerade vor meiner Nase und hat zugeschlagen und hat daneben gehauen. Obwohl ich da stand. Ja. Komisch. Der Hund macht Mitternacht-Snacks. Krick, 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 krick. Würde ich auch gerne. Hätte ich was zu essen. Oh, du Armer. Hier bitte Titanic Musik einspielen. Ich habe vorher noch extra voll kocht für morgen ein, wenn ich nichts machen muss. Keineine Kühlschung ist gut. Ist das mein Fahrwell? Safe. Ja. Verstehen. Morgen gibt es nur McFlurry bei McDonnells. Ja, ich habe auch gar keinen Bock so auf McDonnells in letzter Zeit. Eigentlich nicht so dolle. Ja, die Burger King ist immer noch besser. Sehe ich nicht so. Äh, der Whisper Dog bei KFC. Gut, KFC habe ich auch schon lange nicht mehr gegessen. Das könnte ich auch mal wieder essen. KFC ist auch nice. Aber ist bei mir so weit entfernt. Ja, KFC, wo ist beim Zunächst KFC? Entweder in meiner Nachbarstadt oder in Koblenz. Das klingt auch nicht um die Ecke im Moment. Kurblanz ist mit dem Bus eine halbe Stunde, mit dem Auto 15 Minuten. Da habe ich aber kein Auto besitze, muss ich wieder den Bus fahren. Nein, einer ist 10 Minuten entfernt. Zu Fuß. Meiner ist 17 Kilometer und ich fahre hin. Also, unser nächster Burger King ist so 15 bis 20 Minuten zu Fuß entfernt. Wenn ich langsam gehe, bzw. langsam rolle. Also, jetzt würde ich, okay, jetzt würde ich eine halbe Stunde hinfahren. Das geht noch. Aber wenn ich tagsüber, da wäre es wieder 45 Minuten aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens. Ja. Deutscher hätte man dieser Auswegauer nicht treffen können, oder? Ja, finde ich auch, ne? Oder? Exzellent. Nee, aber es ist mir zu weit weg, also. Okay, gut. Der Mac ist hier und der Burger King, die liegen ja beide nebeneinander. Da würde ich jetzt zum Beispiel mit Auto noch nicht mal 5 Minuten, ne? Aber wenn ich zu Fuß gehen würde, dann mindestens eine halbe Stunde. Das ist sehr komisch. Was wolltest du sagen? Hat jemand schon den Keller gesehen? Ne, er kommt aber zu mir. Leatherface! Weißt du's? Ne, zu mir. Okay. Leatherface! Dann warst du in der Nähe. Ja. Leather... Verdammt, genau die Arme klaufen. Verdammt. Ich hab voll die Jessie-Karte. Das war der Voll der Jessie-Move. Aha, Jessie-Karte. Heißt es nicht. Aha. Ich verstehe den Plotwurst. Wo hängst du denn, der Kura? Na, am Haken. Siehst du das nicht? Ne, echt. Doch. Aber es ist ja... Wir waren... Ich hab in der Hand noch das hingekommen. Ich bin ihm direkt entgegengelaufen. Das heißt, du kannst ihn holen. Ja, okay. Ich bin auf dem Weg zur Kura. Yay! Schade. Er ist bei mir. Irgendwo. Ne, ne. Er ist mir hinterher. Immer noch. Ich hol dieser Klappen rein. Achso, okay. Und er drückt mich gleich am Haken. Oh, scheiße. Jetzt macht er ernst. Nein! Scheiße, hat mich reingelegt. Was hat der da? Und schlampiger Schlachter. Alles hat der hier drin. Ich weiß noch deine Kettensinger. Komm. Ich will die ganze Zeit Ultra hatten. Herzschlag. Oh, er ist richtig ein mieser. 35er. Der gönnt auch keine Palette, du Arsch. Äh! Hallo, du dich. Na? Hast du fein gegessen? Ah, da bringe ich wahrscheinlich den Fakt. Natürlich muss ich genau dann. Denkst du in Ordnung. Oh, die hast du gegessen? Fein. Ich bin nicht ganz so... Hast du dich? Ich bin am Haken. Oder? Nein, nein. Ah, komm. Mach doch nicht diesen jetzt. Aber wenn, kommt's direkt an den Barbeer für den Chicken, Bruna. Ach, schuldig. Das weißt du ja nicht. Oder erst zu blöde, es zu sehen einfach. Kein Raum. ja ich ein als ich für seinen herzschlag aber ich sehe ihn jetzt gar nicht hinten hinter mir diese ketten säge scheiße pass er letzter kurling was für eine schnelle runde denn die klinik runde der kurs einer sauerung geben nein mannig seine stelle es ist nicht überhaupt nicht schlimm wir mussten auch mal ein miesen killer haben heute abend wunderschön haben dass ich an die leitung der fettbewerb wird das so hätte ich ja nicht nie jedenfalls noch ein toten das ist sein als ich die andere hat mich geholt muss man nicht ach so du bist das jetzt nicht gedacht weil du gesagt hast dass ein toter ich kann es gerade wo ich jetzt nicht meinen ansprüchen gerecht werde jetzt ist er mir ja aber er ist mir hinterher also ich würde so jetzt sterben er hat mich nicht getroffen jetzt trifft er mich aber ehre bruder heute hat motto sein buch liest und heute hat motto auf geburtstag habe ich gesehen ich bin noch nicht gratuliert ja schönes alter und ist doch nicht 31 ja manchmal sprint boost fack wieso ist dieser ich konnte wie man eher so wie schnell als ich trotz spinnen tritt ja trotz sprint boost ist ja nicht unbedingt langsamer als du der schneller als du junger berücksicht das war glück gerade ja genau vor grad sagen das ist doch nicht dein folgen ernst ich hätte meinen leise und links um es aufsparen müssen meine leise schleichen tot ja da vorne ist ja doch ich dir nichts zu sagen ich habe mich doch einmal schon gehängt dann hätte er doch das momentom wie schon anwenden können oder ich habe ich noch so halb ja es geht ja so cool ist ja auch da ich weiß ich will ja er hat sich jetzt einfach miteinander vielleicht schafft es trotzdem noch weil es ja nur noch ein gen okay alles klar wir haben jetzt eine last weniger ist ja auch wieder riesig gehässig heute ja ich merke schon ich merke schon das ist ja noch unsere weine wollen der kurs auf dem weg sie ist ja nicht so hallo ich habe nicht so sagt ich habe nicht so sagt ja das ist deutschland mann das ist doch so möglich wie kann er das dann schon wieder wissen das ist ja es blut und nicht mehr ich habe es gehalten junge auch mit zu verfolgen wo die ganze mh das ist ja wenn du da einmal reingegangen bist ich wollte gerade sagen als wenn er dich nicht gesehen hätte was hast du jetzt gedacht ich weiß nicht was gedacht habe weiter ich hab sie nicht das sieht es das war nicht sakura sakura macht der typ holt nikki vielleicht sollte es nicht unbedingt netflix dabei schauen während du spielst nein ich gucke ich gucke ja gerade was neu auf netflix ah ja natürlich sicher parallel zum spiel ich verstehe auf jeden der große weißer hei ne warte wie heißt es nochmal doch der weiße hei sakura hat gleich den jen fertig sammeln nicht so viel spiel jetzt im gegensatz zu dir kann ich muss ich tauschen na da habe ich mir nicht so sicher und der random wird verfolgt und der läuft direkt zu dir sakura das ist auch nett das ist kein gutes kann ich mir nicht vorstellen da hat irgendetwas mit ausgängigen kann ich mir vorstellen ja bitte das ernsthaft machen sakura niemand entrinnt dem tod ja also da wollen wir jetzt gleich nicht mehr ja soll ich raus oder ja mach erstmal auf vielleicht ne ja der hängt im keller gute nacht alter ja der ist ja hier direkt da guck mal da ist auch direkt da was weißt mach die scheiße jetzt auf ja warte warte ich guck mal er kämpft nicht ja ich weiß der ist doch ausgang oder ja er kommt dort zurück ja sakura macht gerade das andere tor auf sorry ich muss einfach raus da habe ich keine geduld mehr ja er lässt sich sterben ganz raus waffel warum lädst du mich mal ein wer ja das ist mein apokalypse du hast recht tag trolle ja ich glaube es ja wohl nicht ja es wird sowieso jetzt nochmal in letzter runde äh achso nein nicht analog wie bei der letzte runde naja wir spielen immer noch nacht 0 uhr ja so ich bin morgen auch noch einiges auf dem zelt so ist nicht also wir haben nicht so ein free life wie du tja 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 also ja aber dann gehts aber morgen wieder los mhm wieder los zu der Irrenanstalt Apropos Irrenanstalt ach schade ich hab kein paar gesagt oder ich hab auch grad eine Opfergabe reingegeben für ein für eine map welches dann ne ich hab keins was wegen der rattenfänger verbringe noch springwood 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 so ich muss gerade ganz kurz eine sache machen verdammt nicht immer jetzt ne 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 das machst du denn leise 3 ich guck gerade beim boot jetzt ich hab doch leider schon wieder alter ich check mich äh 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 na schon leise 3 hab ich jetzt wundervoll auf jeden ich hab mir heute meinen kleinen finger also meinen kleinen fingernagel eingerissen ähm iiiiih wie ist das so passiert ähm wahrscheinlich hängen geblieben und der ist eingerissen mhm ne ne also nicht ein also doch so jein eingerissen mhm was denn jetzt nun jein doch nein doch ich hab mir halt rein ich hab mir mal geschält mit so einem sparschäler ah ok ja geschnitten reingeschnitten das kenne ich zu gut äh das ist immer mehr messer aber nicht so tief ne 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 tief ist auf dem bitte das ein halber Zentimeter würde ich bereit das so durch alles wurde und erlangte noch die Lage habe ich schafften nicht die Dinge das ja ich habe doch meine schutzfunktion das muss man aber auch schlafen danke dass du achso dritte fuck ich bin zum dritten fahrführend durch pf äh ähm alter wie viele fucking türkische Filme gibt es auf Netflix hm echt? nicht Bollywood? warte eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn elf 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 mit deutscher übersetzung oder wie? oder türkisch komplett? keine ahnung da weiß ich ja nicht es gibt ja so einige filmen so auf amazon kannst du ja auch zum beispiel film aussuchen und manchmal hast du sogar noch andere übersetzung mhm ich weiß finde ich sehr praktisch alles ich auch ich habe tatsächlich beides also Netflix und Amazon Prime mhm da kann sich jemand was leisten also Netflix ist von meiner Schwester geschnurrt und Amazon Prime von meiner Mutter ja ich weiß nicht Netflix bin ich nicht so heiß drauf aber Amazon Prime ich nutze es auch sehr auch das nutze ich eigentlich relativ selten Netflix ist ever best ja mir gefällt es ich habe von meinem Bruder er hat gekauft ich auch jeder schnurrt von jedem Netflix ja mit 25 Euro bezahlt hallo diese 25 Euro gut Hans Karte kann man kaufen und hat für drei Monate Netflix also wie ich glaube oh mein Gott wenn Diesel ah muss ich kann man rechnen wenn die das jetzt aufwand hat mit so einem naja karte ist das besser guckst du eigentlich schon warte wenn die runde vorbei ist gucke ich meinen Anime weiter ja welchen mhm äh den Namen selber vergesse ich immer weil es auf englisch ist die Sevens weiss weiss ich ob du ihn kennst ähm Seven Edicents hm ja oh oh ich hab ja auch das oh ich hab den Film durch und alle Staffeln oh mein Gott so ein Anime ist so entgeil ja oh mein Gott ich habe das letzte Mal bis 2 Uhr geguckt und wollte eigentlich weiter gucken aber mein Kopf hat leider gesagt nein Kopfschmerzen auch ich hab die erste Staffel in 2 Tagen durchgeguckt und die zweite Staffel an einen Tag und den Film habe ich auch an einen Tag durchgeguckt also es gibt ja sozusagen 3 also es gibt so eine es gibt die erste Staffel, die zweite und zwischen der ersten und zweiten gab es so eine Übergangs Staffel mit 4 Folgen oder sowas das haben die aber nur reingepackt damit die halt nicht die Leute so richtig sauer werden und sagen ey wieso kommt nichts Neues ja und jetzt gibt es halt einen Film davon und die zweite Staffel und die zweite Staffel ist so toll und der Film auch aber der Film hat relativ wenig mit der Serie zu tun eigentlich hat der Film nur die Charaktere gleich und ich habe keine wirkliche Story mehr über die dem gleicht es lohnt sich auf jeden Fall lange genug wach zu bleiben ja auf jeden also das ist ein richtig richtig guter Anime mhm mhm 20 ok statt 25 krass ja mit Jessie hat nichts zu mitreden sie ist nicht so ein Anime Freak wie wir aber sowas von null Anime sind so toll ja kann ich nicht mitreden das stimmt oder ach wieso es muss halt auch normale Menschen geben wie Jessie zum Beispiel die hat auf ihre Art in die eine Freakie Seite wir haben eben Anime Freaks und sieh ihre andere die hat ihre Farbtick mhm ich guck zu viel ich schaue mich das nächste Topmodel ja pui die Serie wenn man mit dem Fuß gegen das äh ich wollte gerade sagen da war das Headzeit kurz weg ja aha die Serie und weg die Serie ist so Müll ne boah die ist so Gülle ich guck's trotzdem noch gerne ich guck jede Staffel weiter schaass und da kannst du mal genauso kommen wie wenn wenn man sich das anguckt ja wie zum Beispiel Bauersuchtfrau gute Zeiten schlechte Zeiten unter uns aber Bauersuchtfrau finde ich immer auch nur lustig ey aber ich guck's mir trotzdem nicht an was gibt's noch für'n Schrott äh oh Springwood hatten wir heute noch gar nicht ey oh ne scheiß Map ey ich bedanke dich bei Sakura ja genau ich hab reingegeben das juckt mich nicht das juckt mich nicht ich sag nur dass die Map scheiß ist aber ich find's jetzt nicht schlimm mein Gott es ist der geilste ich muss auch meine Sachen loswerden so wie du ich bin ja jetzt sind einfach alle drei wenn der Micha fragt ist er der größte Ehrenloser fixa jungs 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 oh mann gar keinen Bock mehr ah ah natürlich was macht der denn da ja come on ich bin jetzt schon wieder krank ja Willst du mich durch so eine Luke tragen, damit ich raus kann? Jetzt schon. Ja. Es ist... Er geht doch nicht da. Er ist zwei Plätze jetzt entkommen. Ich äh... Ja, ich hab den Killer bei mir. Oh, scheiße. Ja. Ich hab mich dabei. Oder wird's? Nein, ich fahre ihn auch in die Arme, ey. Da machte du das so. So ein Horse bin ich so ähnlich. Den wir doch zurückschauen sollen, ey. Ach, ja, guten Morgen. Guten Morgen, Deutschland. Bist du blind oder was? Ich? Nein, der Killer. Nein, der Killer. Weil der sich da immer noch am Boden rumliegt. Er sieht mich einfach nicht. Ist ja doof. Ist er doof oder was? Jetzt hat er mich gesehen. Damit ich auch mal Zeit. Ich mach den gern mit mir weiter. Mhm. Hallo. Wie ist der Killer? Äh, bei Jester. Also ich hab ihn nur so bei Jester rumgegangen zu sehen. Ja, er ist an mir vorbeigelaufen gerade. Mr. Killer ist blind. Ja, der Hellste ist er nicht, ja. Mr. Killer ist gerade, obwohl ich in der Sichtweite von ihm war, an mir vorbeigeladen. Ich geh da mal ganz hinten aus dem GEM. Hier sind kein Pro-Pilot noch irgendwo. Ich muss erst mal suchen auf dieser Map nach Jens. Schöner. Moin Kaifu. Der nächste ist geflogen auf dem Boden. Äh, ich bin zu nah an ihm. Wow. Och, lebe. Der Perp von mir. Umso näher der Killer, umso klein. Da ist keiner dabei. Oh, wie? Nein. Na Kaifu, alles gut. Äh, Sonic. Nein. Ich. Achso. Was zogst du auf PC? Tschüssi. Gar nicht zock ich auf PC. Ich zog nur auf Playstation. Hallo, du Armleuchter. Kommt wahrscheinlich zu mir nach unten ins Haus, ne? Hallo, ja. Wie zieht ihr bei mir her? Ja. Und das Haus geht ja schon mal gar nicht. Wer hat mich zu Insta geflogen? Hm. Obwohl sie sich an der Haft denken lassen. Ey. Nochmal. Er ist unsichtbar, auch keine Ahnung wo er dahin ist. Ja, ich soll ihn nicht haben. Ist mir hinterher. Ich würde das letzte Tor waren. Ich würde das nächste Tor waren. Go. Was? Was? Du Arsch. Der Cora, ist er bei dir? Ne, ist bei mir. Wer ist hier? Ich versuch's schon. Nein, ähm, Sonic, das ist falsch verstanden. Also im Moment streame ich noch über die Playstation. Und demnächst streame ich wieder über PC. Laptop, so gesagt. Danke, Vollkontakt für deinen Follow. Ähm. Was, Kia? Bei mir immer selbst, okay. Ähm. Das hat er sich für gemacht. Da hinten konnte. Auch wenn er blind ist, spielt er trotzdem nicht so verkehrt. Oh. Ja. Was? Schmeiß doch die Palette um. Was soll das denn jetzt? Tja, Scam. Das ist so ein Scam. Aber vom höchsten Betrug, Alter. Nö, seh ich nicht ein. Das ist aber die Ansicht auch nicht ein. Es geht darum, Sonic, dass die meisten Leute immer halt über die PS4 schauen. Und nicht über Twitch selbst. Zeit für ein wenig Instagram. Memes? Vielleicht. Ah. Sehr gut. Du armen Leute. Also wie gesagt, die spielen nicht über PC. Ich spiele dann immer noch über die Playstation. Ich spiele alles Mögliche. Niki. Was machst du denn, Niki? Äh, es wieso, wenn ich auch am Haken hängt, dann ist das. Eine Lulu-Runde. Luli, Luli, Luli. Schnuli, Schnuli. Ich war gerade bei ihm gleich. Ich wollte ihn eigentlich holen. Ja, er ist wieder lieber auf Instagram unterwegs. Er will auch gar nicht mehr mit uns sagen. Was? Natürlich. Naja, ich bin so so gleich raus. Von heute, ich bin mega. Ach, scheiße, siehst du, ich bin müde. Man merkt's. Also, indem ich killt, ist auch in Ordnung. Ja, keine Ahnung. Ich hab ja die ganze Zeit aufwitzig gehämmert, aber... Absolut belastend zu machen. Sucht er mich dann? Nein! Gewernte Palette! Scheiße! Egal. Ist nicht schlimm. Besonders nicht, warum mir jetzt so spät am Abend noch so viele Leute reinkommen. Weil... Ich hau jetzt rein, Leute. Ich bin müde. Deswegen mache ich Stream Off. Und sage, reingehauen bis morgen Vormittag. Morgen Abend stream ich nicht. Und zwar nur am Laufen des Tages. Ja, tschuldige, ich komme gleich. Muss mal gucken, wie ich jetzt gleich noch hoste. Eben kurz auf schnelle Welle. Aber ich verpiesel mich jetzt ins Bett. Der Steven ist online. Mit jemand anders. Okay, gut. Leute. Gutes Nächtle im Stream. Reingehauen. Bis morgen. Schöne Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. rageстиg Gute Nacht. Untertitelung des ZDF, 2020